Klimaschutz kostet Arbeitsplätze. Wird jedenfalls oft behauptet. Aber checken wir es mal. Was geschieht, wenn ein Land, um Arbeitsplätze zu erhalten, nicht frühzeitig in grüne Technologien und neue Wirtschaftsmodelle investiert, von denen jeder weiß, dass sie die alten ablösen werden? Dann geht's abwärts. Denn dann machen andere das Rennen. Neue Branchen, neue Arbeitsplätze, grünes Wirtschaftswachstum. Merkel Klimaschutz schafft Arbeitsplätze. Drücken wir endlich die richtigen Knöpfe. Einfach die Welt retten.com